hier habe ich ein neues projekt und zwar habe ich so ein büchlein gemacht inspiriert von der indra in der bastelstube habe ich die hat eigentlich so ein kuchen da rein gesteckt so ein tassenkuchen in der tüte und ich habe das jetzt ein bisschen umgewandelt und habe so ein badesalz und so masken erdbeermasken und so da rein gepackt und dann aber auch wunderkerzen weil es auch für einen geburtstag ist und das wollte ich euch einfach mal zeigen genau und das hat hier so ein kleines bändchen damit muss gut aufmachen kann weil dann magnet drin ist und hier sind die badesalze und die gaben und dann gibt es noch eine kleine karte dazu genau so 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 Bis zum nächsten Mal.